Puh an, ey, ich will meine Ocelot-Katze haben. Hä, warum ist hier... Warum ist denn hier Sand? Was soll denn die Scheiße? Ah, da ist eine Crafting-Box. Ach, die ist noch von uns, ne? Ja. Ja, und hier in der Nähe war auch irgendwo die Katze. Und ich weiß halt auch noch, ob die irgendwie verschwindet oder ob die wirklich da bleibt. Oh, uah. Der Sturz war übel. Wenn nicht, würde ich einfach mal sagen, irgendwo muss ja eine neue Katze spawnen mal, irgendwann mal wieder, ne? Ja, aber ich glaube, die spawnen nur im Dschungel. Das ist ja... Also hier sind schon mal Kühe. Aber die helfen mir grad nicht weiter. Okay, der Dschungel ist riesig, merk ich grad, ne? Mhm. Setz dir Fackelwegpunkte, damit du, wenn's dunkel wird, wieder zurückfindest. Äh, zu spät, ne? Äh. Yo. Na, die Erfahrung hab ich, äh, gesammelt. Beim Häuslebaue. Ja, das, äh, krieg ich schon irgendwie... Nicht beim Häuslebaue, sondern... Notfall musst du mich halt exportieren. Ach, ist der Geier. Du musst nur aufpassen, ich weiß nicht, wie weit du da noch graben kannst bei der Mine da. Ich glaub, von der Musik her kommt da irgendwie da mal ein Dungeon oder so, da musst du aufpassen. Deswegen hab ich den schlimmen Schwert nicht vergessen. Äh. Kannst du mich mit und da mal brenzlig werden. Aber das ist geil, vielleicht find man ne Bonus-Truhe oder irgendwie sowas. Äh, ich hab eigentlich alles am Start, was wir brauchen. Oder, oder ein Monster-Spawner. So, erstmal Licht hier unten machen in den Puff. Oh, Aua, der Sturz war übel. Ey, wo ist diese verfluchte Katze? Ja, ich hätt ja dann meinen Hund, du hättest deine Katze. Ja, aber die kommt dann schon da. Hat jeder sein eigenes Tier. Ich glaub, da muss ich an nem anderen Tag nochmal kommen. Leute, helft mir mal mit der Katze. Wie spawnen die? Mit welchen Abständen? Mit welchen Algorithmus spawnen die? Äh... Weil wir haben die ja hier im Dschungel gesehen, ne? Haben die hier im Dschungel, das weiß ich noch ganz genau. Die war ganz am Anfang mal, glaub ich, den Part angefangen haben, ne? Ja, im ersten Teil hast du ne Katze gesehen. Gesehen hab ich sie nett, weil ich dann, glaub ich, auch vom Bogenschützen los bin. Aber du hast was entdeckt. Die Frage ist halt, ob die sich halt irgendwie anderweitig irgendwo auf dem Weg macht. Oder ob die halt einfach in dem Wald bleibt, wo es da war. Weil ich glaube nicht, dass die noch da ist. Ich glaub auch nicht, dass die wegschwimmen kann oder so. Irgendwo muss sie ja sein. Aber außer ein paar Kühe ist hier halt nimmer viel. Hm. Oh. Ich hör irgendwas. Ich hör irgendwas. Treff ich hier auch auf dem Kingsader? Da weg, da weg, da weg. Ach die Scheiße. Ja, das Scheiße muss auch auf dem Feld dauernd runter. Das soll dann die Decke separat bauen. Meine Schaufel ist aber auch gleich leer. Oh. Ja, jetzt ist sie leer. Verdammt. Na ja, gut. Dann mach ich in die Richtung mal weiter. Ey, wo ist die Katze, man? Katze, psst, komm her. Ja. Ja. Frank und seine Katze. Oh, Schafhör. Sicher ein Schaf. Äh, das ist da gefangen. Haha, kannst du das? Ah ne, du bist ja auf der Insel. Mach's kaputt und hol. Wolle. Wow, 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 wow. Größere Legs. Ah, da ist noch ein Schaf. Oh, mal ein bisschen Kohle zur Abwechslung. Sehr schön. Wolle hab ich. Ah, ich glaube mit den Kakaobohnen kann man auch Färbemittel bauen. Echt? Sowas gibt's? Ja, ja. Ja, Färbemittel kannst du die Wolle ja einfärben. Alter, krasses Spiel, ey. Du kannst ja blau... Ah, ich glaub... Ah ne, da oben ist noch so. Ja, da ploppt auch ein bisschen Erfahrung raus aus dem... ...Gedönsen hier. So. Also, ich hoffe die Musik kommt nach wie vor. Zumindest war's bis Part 4 so gut bei euch an. Ich hab jetzt, äh, lizenzfreie Musik... ...gefunden. Wurde mir auch freundlicher Weise per Nachricht zugeschickt. Vielen Dank nochmal an die Stelle. Ähm, ja, das macht sich natürlich super mit Gamer und so, wenn die lizenzfreie ist die Mucke. Weil ich hab kein Bock, dass mir hier dann die Gamer, wenn ich immer so Musik verwende, einen Strich durch die Rechne macht und sagt, ja, ne. Ich hab's gefunden, also, hallo Katze. Hast du die Katze? Ja, komm mal her. Ey, nette weglau. Die läuft weg. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank für die Mucke. Sie gehört mir, sie gehört mir, oder? Hallo. Was ist hier Krohle? Mein Gott. Die hat jetzt so Herzchen drum, aber die folgt mir nicht. Warum folgt die mir nicht? Rechtsklick? Versuch mal genauso wie beim Hund und lauf da mal vor's Fisch weg. Ja, die rennt aber teilweise noch von mir weg. Vielleicht noch ein Fisch? Ich weiß nicht, man klappt mal schnell die Angel aus, weil es wird nämlich Nachtgrad. Äh, Slarks kann sich eskortieren. Ähm, ja. Musste ich mal wieder vom Hauptbahnhof abholen, ja. Hm. So. Alter, hab ich hier Kohle gecraftet. Äh, oh scheiße, ich hab die Angel fallen lassen, verdammt. So. Oh, oh, ich hab die Angel fallen lassen, scheiße. Ruppi, komm mit. Wo steckst denn du noch auf der Insel? Ja, meine Katte ist weg und die Angel ist weg, Mann. Ich hab die Angel fallen lassen, verdammt. Oh Gott, geht's da tief runter. Warte, Ruppi, bleib hier. Äh. Da ist meine Angel ist hier irgendwo am Boden. Ups. So. Alla, da geht's da fluch tief runter. Ich komme. Warum? Oh, Hölle. Alles klar bei dir? Wo bist denn du? Äh, ich hab den... Das war ein bisschen mit Fackeln und so markiert. Ach du Scheiße. Im Prinzip bin ich da, wo die Craftingbox ist. Nur Wachen zur Hölle macht meine... Oh, 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 oh. Wachen folgt mir die Scheiße, ne, Mann. Check ich's net. Ich hab dir ja doch nen Fisch gegeben. Oh, ganz schlecht grad. Hier steht ein Creeper. Oh. Ja, dafür wär's ja auch unsere Katze toll, aber unsere Katze... Oh, 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 oh. Creeper, verpiss dich. Hallo, Zombie. Oh Gott, hier ist ja einiges. Frank, wir müssen hier weg. Gut, Zombie getötet. Äh. Ja, wie gesagt, fahr mal um die Insel rum. Ego hier ist Licht. Aber meine Katze ist weg. Und obwohl ich in den Fisch gehe, meine Ahnung ist übrigens auch weg. So heißt, wir brauchen nochmal Fäden. Äh. Ruppi ist ja hier. Wo? Wie hast denn das gemacht, Ruppi? Hab ich dich nicht zum... Ja, wie gesagt, der spawnt ja... Der spawnt ja dann wieder bei dir. Aber du kannst ja dann auch die Katze mitnehmen. Das ist ja gut zu wissen. Ja, wenn die Katze mir gefolgt wäre durch meinen Fisch, aber irgendwie... Scheiße, die Ange habe ich fallen lassen. Ey. Problem ist, der Grund hier ist tief. Und ich habe Hunger wie Sau, Mann. Verdammte Scheiße. So, Frank. Ich baue hier mal unseren... Äh, Leuchtturm. Warte mal, wie war das? Äh. Ich fahr mal gleich. Achja, mit Shift kannst du auch. Sehr cool, wenn du vorbeikommst. Haha. Sehr cool, wenn ich wissen, wo du steckst. Ja, wie gesagt, bist du schon auf dem Weg, oder was? Ja, ich bin schon auf der Insel. Warte mal, ich setz mal... Äh, Ruppi und ich sind hier oben auf dem Leuchtturm. Leuchtturm? Was für ein Leuchtturm? Ich habe hier auch einen Leuchtturm gebaut. Ne, warte, ich gehe jetzt mal auf einen Baum und dort setze ich eine Fackel. Alter. Wenn du auf einem Baum bist, müsstest du uns sehen. Wir sind am Rand. Also, wir sind, äh, am Strand auf dem selbstgebauten Leuchtturm. Ruppi, mach's jetzt! Ja, feiner Hund! Ja, feiner Hund! Ja, feiner Hund! Äh, ich sehe hier nur Bogenschütze und verdammt. Also, nachts traue ich mich jetzt nur ungern in den Dschungel rein. Ja, der ist auch uncool. Ah, ich hänge, Mann. So, aber ich habe so das Gefühl, es hilft alles nichts. Ich muss dich suchen. Ja, vor allem meine Katze ist weg. Ich wollte einen Fisch bekommen mal dafür. Also, hier ist, glaube ich, unten drin. Boah. Scheiße, jetzt habe ich auch keine Fackel mehr. Frank, wo steckst du? Ja, vor allem nicht stärker, weil ich kein Essen habe. Scheiße. Wo bist du, wo bist du? Oh Gott, ich müsste suchen. Boah, der Dschungel. Ich bin gleich tot. Lauf, lauf zum Strand, lauf am Strand irgendwie entlang. Ne, ich gehe mal auf den Baum. Ne, 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 Strand. Ja, an welchem Strand? Lauf, lauf die ganzen Strände entlang. Ich finde dich irgendwie. Ja, das packe ich nicht mehr. Ah, da hinten ist Licht. Ich komme, ich komme. Ja, okay. Da, äh, toll, da bin ich selber weggegangen. Okay, ich hoffe nicht. Hast du Essen dabei? Ja. Oh Gott, Rettungsaktion in letzter Norden. Oh mein Gott, das wird ja richtig knapp. Oh, du hast gut ausgeleuchtet. Ach du Scheiße, du bist ja am anderen Ende der Welt. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wow, drei Bogenschützen. Nein, ernst. Ja, ich bin da, ich bin da. Verreckt, du scheiß Bogenschütze. Ich bin da, ich bin da. Ich bin auch selbst fast tot. Ah, scheiße. Vor allem da ist noch eine Spinne, warte, ich kümmer mich um die. Mach du die Spinne weg, ich schmeiß dir Essen. Oh scheiße, ich raff grad gar nicht. Oh scheiße, scheiße. Da ist, da liegt Futter. Oh scheiße, verdammt. Und irgendwo auf dem Meeresgrund da unten liegt meine Angel. Ah, super. Du hast letztens fällig noch einen Faden, oder? Ah, ich glaub ich seh sie. Ne, da liegt nur ein Erfahrungspunkt. Wow, ich muss auftauchen, das hat keinen Sinn. Das ist eben, die ist weg, die Scheißang. Die ist weg, die Scheißang. So, meine Katze rennt hier irgendwo im Dschungel rum. Was heißt, meine Katze ist anscheinend... Au, noch ein Bogensch... Oh scheiße, ich bin gleich tot. Frank, Hilfe! Ja, ich bin da, ich bin da. Ich hab nur noch ein Herz. Wenn mich jetzt ein Pfeil trifft, bin ich tot. Fuck, Alter. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Frank, hier sind überall Zombies, Bogenschützen, Hilfe! Ich hab ihn, ich hab ihn. Die stehen hier überall die Scheiß gerne. Na, oben sind grad zwei. Ich würd sagen, wir hauen mal ab, war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin fast tot. Sturmwaller oder was? Rettungsaktion ist gut, ich brauch selbst Rettung. Und wie viel Fleisch hast du nur noch? Fünf. Gib mal bitte nochmal zwei, das so. Ja, da. Ich muss mich hier ein bisschen einmauern, ey. Ist morgen früher das? Oh, da vorne lauert wieder ein Bogenschütze. Wo ist meine Katze? Ruppi, komm her jetzt. Du verstopfst den Weg. Einmauern, geil. Oh, der hat mich gesehen. Oh, Ficken. Echt? Ja. Ja, der ist auch schon da, glaub ich. Ja, der ladet gerade nach. Oh mein Gott. Äh, der trifft mich. Oh, Alter, der... Ey, guck mal, guck dir das an, Alter, wie... Der Wichser. Hast du den Tod? Ja. Alter, Ruppi, du bist aber auch einer, Mann. Warum er texten würde ich eigentlich noch? Ja, Ruppi ist gerade ein bisschen schwache Leistung. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich trau mich gerade echt gar nichts mehr. Oh, das ist irgendwie übel, gell? Tja, jetzt steh mal hier. Ja, was? Geil. Äh, hast du noch ein Fleisch? Ja, ich brauche noch eins. Ja, ich habe auch noch elf Weizen. Kann man die so futtern? Nee, ne? Glaub nicht. Ne, aber wenn ich vollgefressen, dann regeneriert sie nicht meine... Meine Energie, das ist gut. Ach, so ist das. Warte mal. Okay. Tatsache, die regeneriert sich... Ey, das wusste ich gar nicht, cool. Naja, aber nur wenn du vollgefressen musst. Oh, dann kommen wir hier doch weg aus dem Scheißladen, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ich hab so Schiss. Hast du irgendwie die Lederrüstung? Äh, gut, die hat schon was gebracht. Das wäre auf jeden Fall tot gewesen, ansonsten. Hat aber auch keine Abnutzungserscheinung bei mir. Aber... Ist doch gut. Äh, ist schon Tag? Ja, es ist Tag. Tatsache. Geil. Okay, Hüte bleibt stehen. Oh, Mann, ey. Ich brauch mal... Wo steckst denn du? Geh mal eine Katze suchen. Geh mal eine Katze novel. Untertitelung des ZDF, 2020